wie auch schon gestern sind wir noch in tolsa in oklahoma haben wir auch hier geschlafen und ich blende mal eben die praying hands ein die findet man an einer universität also ich habe gedacht es wäre eine universität aber da ist so eine krasse baustelle sieht aus als hätten sie die ganze uni abgerissen da stehen nur noch diese hände na gut jetzt sind wir am golden driller plaza und wenn du dich fragst was der golden driller ist das ist so ein riesiger kerl hier der ist irgendwie ich glaube 35 meter hoch oder so was oder 30 meter der lehnt sich einfach mal so an so einem bohrturm an der übrigens originalgröße hat und um die tatsächliche größe zu sehen brauche ich hin international petroleum exposition das heißt man stellt hier einfach dieses teil hin nennt das exposition also expo obwohl das ganze eigentlich hier so ein riesen baumarkt ist wenn ich mich nicht täusche der bäumarkt ist oder in beitem bis runter wachen wachen es geht We don't have a plan and the night is young, it doesn't matter what we do, there ain't nobody like, there ain't nobody like, you look so beautiful, and I'm so lucky to be yours, and you're taking me high, ain't nobody like you, I'm not coming down. Part of Route 66 Auto Museum. Schon mal ganz witzig hier. Kostet 6,50 Dollar pro Person, wenn ich richtig recherchiert habe. Wir gehen mal rein. Pematics. We'll get started at the 그 revisor front on the street when you caught my eye, something about the way you move, no, there ain't nobody like, ain't nobody like, so lucky to be yours. Can you take it, may I, ain't nobody like you, aren't coming down. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ja, das ist ja wohl der Kracher ich hab mir gesagt, ich soll mich jetzt noch in seinen Käfer setzen das Ding guckt aus dem Haus raus Pops on Route 66 ist eigentlich, wie man sieht, eine Tankstelle aber die haben außerdem natürlich ganz viele zu trinken die verrücktesten Sodas gibt es hier ich glaube 600 Sorten außerdem Süßigkeiten, Chips und es gibt auch ein Restaurant heute fällt mir das Vloggen echt schwer also wir haben in dieser Gegend hier so viele Spots, die wir anfahren müssen ich hab bestimmt 20, 25 Sachen aufgeschrieben, wo wir anhalten müssen oder wollen eigentlich und deswegen kommt da heute mehr Videomaterial gleich sehen wir uns wieder aus Oklahoma City unten im sehr sehr kleinen Milchladen bis dann ist er so ein paar Mal das war überhaupt nicht nur noch ein paar Mal Da ist es, Sitz Diner. Das Original Sitz Diner, aber es ist fürchterlich am Regnen. Das ist irgendwie kalt und bäh. Das sind übrigens die Besitzer hier. Also der hier hat es eröffnet. Der hat es von seinem Vater übernommen oder seinem Opa sogar. Und der ist der jetzige Besitzer, sein Sohn. Wir sind kein Fast-Food-Restaurant. Dein Essen ist immer frisch gemacht. So, wir haben jetzt hier den Original Sitz Diner Oklahoma Onion Burger. Ich habe ihn so bestürt, wie er früher schon serviert wurde. Weichlich Zwiebeln unten drunter und Käse. Dann. Wir sind des Lichts. Auf dem mal, Keine und Träger. Auf der Sonnenschein! Auf der Sonne. Auf dem Rad. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020